So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video, herzlich willkommen und wer neu ist, Abo da lassen gerne an der Stelle, wir legen direkt los, es gibt eine tolle, eine grandiose Nachricht, Professor Dr. Drosten, der ja maßgeblich hier die Bundesregierung soweit seit Monaten dazu berät, wie man mit der aktuellen Corona-Situation denn umgehen soll, erhält das sogenannte, oder den, Bundesverdienstorden. Ja, den bekommt er von Frank-Walter Steinmeier am 1. Oktober voraussichtlich verliehen und da muss man doch direkt mal kritisch in die Runde stellen, sind da irgendwie die Regularien, die ja Erwartungsansprüche, um solch einen Orden zu erhalten von Bundespräsidenten, deutlich gesunken in den letzten Jahren? Ich möchte noch mal daran erinnern, dass der Herr Draghi, seines Zeichens ehemaliger EZB-Präsident, diesen nämlich auch erhalten hat und wenn man Bescheid weiß darüber, was dieser Mann in den letzten Jahren eigentlich in der EZB-Politik komplett gemacht hat, sollte man verstanden haben und wissen, dass er eine Auszeichnung jetzt, also der Draghi letztes Jahr, dafür bekommen hat, dass er die Sparvermögen von zig hunderttausend Deutschen komplett zerstört hat. Das muss man sich mal überlegen. Und beim Professor Drosten sehe ich es ähnlich kritisch. Warum wird, okay, er hat aus seiner Warte aus gute Arbeit geleistet, das möchte ich ihm jetzt gar nicht absprechen. Nichtsdestotrotz, warum wird denn hier nicht jemand anderes, wie zum Beispiel Professor Wakti, Professor Homburg oder auch ein Dr. Wodak oder ähnliches geehrt, die mit ihrer, ich sag mal, ihrem Engagement, mit ihrer kritischen Meinung viele Leute auch informiert haben darüber, nicht einfach alles so hinzunehmen, wie es von manch anderem einfach behauptet und gesagt wird. Das ist doch eigentlich eine Leistung, die man zu würdigen wissen muss. Also ich bin ja hier jemand, der jetzt sagt, nö, das kann nicht sein, dass der das bekommt. Ja, vielleicht ein bisschen schon. Auf der anderen Seite aber, es steht doch in keinem Verhältnis, für was denn? Wisst ihr? Also, dass der Herr Drosten beispielsweise vor Monaten noch gesagt hat, Masken helfen gar nichts. Und auf einmal heißt es dann, erst als Masken verfügbar waren in diesem Land, ja, jetzt wollen wir alle eine Maske tragen. Diesen Zusammenhang, den muss man doch sehen. Das muss man doch an der Stelle hier nachvollziehen können. Also ich finde es einfach nur verrückt, was hier mal wieder soweit passiert. Denn, wie soll man sagen, beim Professor Drosten stört mich eines. Diese Alternativlosigkeit. Diese Alternativlosigkeit, die auch unsere Bundesregierung, hier im Speziellen unsere Kanzlerin, Frau Merkel, soweit an den Tag legt, das habe ich jetzt beschlossen, ich habe darüber nachgedacht und das war es jetzt. Thema ist beendet. Aber da wird nicht mal zum Beispiel hier ein Ausschuss ins Leben gerufen und verschiedene Personen an den Runden Tisch geholt. Von mir aus mit dem Professor Drosten sitzt dann aber auch ein Professor Bakhti, ein Dr. Wodak, ein Professor Homburg und zahlreiche andere Experten da, die über die Themen wirklich philosophieren und richtig abwägen können, soll man das jetzt machen, soll man das nicht machen? Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das findet. Also für mich war früher zu meiner Zeit, das heißt zu meiner Zeit, eigentlich so auch in den letzten Jahren irgendwie immer, Bundesverdienstorden oder Bundesverdienstkreuz. Wow, das ist eine tolle Anerkennung, das ist eine super Leistung, die die Person erbracht hat. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie gesagt, mein anderes Beispiel hier, der Herr Draghi, der das auch bekommen hat, das ist eine Unverschämtheit, ganz einfach. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht unserer aller Steuerzahler in Deutschland, die wirklich komplett enteignet wurden durch diese Zinspolitik, die hier seit Jahren betrieben wurde. Weiter geht's, wir gucken zum Deutschen Ethikrat. Also Ethik, es geht um ethische Anstände, Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Und das ist ja gar nicht mal so verkehrt, dass es so eine Institution, so ein Gremium, nenne ich es jetzt mal, in Deutschland gibt, das auch mal hier und da was bewertet. Aber bei manchen Sachen sollte doch eigentlich ein Politiker, genauso wie auch die Gesellschaft, so einen Ethikrat meiner Meinung nach gar nicht benötigen, weil man einfach schon von vornherein sagen kann, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht ethisch, das ist nicht ethisch korrekt, das kann man nicht machen, das ist gegen die Gesellschaft. Und hier wurde nämlich soweit im Deutschen Ethikrat darüber diskutiert und abgestimmt, ob man denn einen Immunitätsausweis in Deutschland haben sollte und dass man mit diesem zum Beispiel das Privileg dann haben kann, dass man ohne Maske Bus und Bahn fährt. Und ich bin fest der Überzeugung, dass diese Liste, wenn so etwas kommen sollte, immer länger wird, sprich auf öffentliche Veranstaltungen dann beispielsweise gehen darf oder auch, wie wir es ja in Bayern seit gestern wissen, dass da auf verschiedenen öffentlichen Plätzen wahrscheinlich eine Maskenpflicht kommt, da braucht man dann auch keine Maskenpflicht mehr. Und das finde ich sehr, sehr unangenehm, dass man hierfür einen Ethikrat einschalten muss, um dies erstmal zu klären, in Anführungszeichen, um deren Einschätzung dazu zu hören. Das sollte doch jedem klar denkenden Menschen sagen, es kann doch nicht sein, dass ich jemanden so diffamiere, weil er eine Erkrankung dann haben sollte, eine Infektion. Das finde ich unvorstellbar. Ja, nichtsdestotrotz, so läuft das halt in Deutschland und dementsprechend einstimmiges Ergebnis, heißt ja aber nein, davon hält der deutsche Ethikrat aktuell nichts. Aber viel schlimmer finde ich die Begründung oder die Erweiterung dessen, wenn die Immunität hinreichend verlässlich nachzuweisen ist, dann wiederum wäre die Hälfte dieses Ethikrates der Ratsmitglieder der Auffassung, dass die Einführung solch einer Bescheinigung unter bestimmten Bedingungen sinnvoll wäre. Und das schockiert mich zutiefst. Das schockiert mich wirklich zutiefst. Das ist unvorstellbar, was hier wieder diskutiert und vorgeschlagen wird. Einfach nur krass. Ich kann es nicht nachvollziehen. Schreibt eure Meinung unten rein. Und man sollte doch hier an der Stelle wirklich ganz klar darüber nachdenken und auch sprechen. Was sagt denn, wenn ich jetzt hier so ein Zettelchen habe, nehmen wir einfach mal hier so Post-it-Zettel, zack, habe hier so ein Zettelchen, Immunität nachgewiesen. Für welche Zeit, für welchen Zeitraum? Der Test wurde gestern gemacht, der Test wurde vor drei Monaten gemacht. In der Zeit hätte ich mich ja auch anstecken können, wie jeder andere auch. Das ist ja der wichtige Punkt. Man kann ja gar nicht damit wirklich jederzeit nachweisen, nö, ich hab nix oder sonst was. Also, das ist schon ein ganz, ganz, ganz verrücktes Ding. Und es zeigt meiner persönlichen Meinung nach auch schon auf, wenn man wirklich so einen Ethikrat hier mit ranzieht und befragt, was mit unserer Politik hier eigentlich los ist, wenn man diesen bedarf. Ja, dann weiterhin nächstes Thema gab es Didi Hallervorden, Dieter Hallervorden, Komiker seines Zeichens seit etlichen Jahrzehnten. Ich bin ja auch irgendwie mit ihm ein bisschen aufgewachsen in den 80ern und so weiter mitbekommen. Palim, Palim und so was. Naja, die Älteren unter euch werden es noch kennen. Eine Flasche Pommes Frites. Ich kann nicht drüber lachen heute mehr. Früher vielleicht als Kind. Das war halt eine andere Komik. Aber gut, ich finde ihn sehr, sehr gut, denn wir merken jetzt im Mainstream, und darüber habe ich die letzten Wochen häufiger berichtet, und das ist so ein kleiner Part in meinen Videos, den werde ich immer wieder weiterhin aufziehen. Wenn wir im Mainstream, in den Mainstream-Medien, und hier speziell jetzt, soweit ist es im Fokus geschrieben, und hier geht es um, wie heißt die Sendung nochmal, hart, aber fair. Ich glaube, in der ARD läuft das. Da gab es kritische Stimmen gegenüber dem Herrn Lauterbach. Und das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Und, halt wie gesagt, unter anderem Dieter Hallerforden hat sich hier kritisch geäußert. Ist kein Zitat, aber eine Aussage, die hier soweit wiedergegeben wird. Karl Lauterbach mahnte aufgrund der steigenden Fallzahlen eindringlich vor der zweiten C-Welle. Und ich frage immer noch, wo war die erste Welle? Also die haben wir in Deutschland irgendwie auch nicht so wirklich mitbekommen. Also bei den geringen prozentualen Zahlen von einer Welle zu sprechen, steht in keinem Verhältnis. Dieter Hallerforden hat auf jeden Fall darauf reagiert in der Sendung. Und direkt gesagt, Zitat, das ist keine Warnung, das ist Panikmache. Sagt er auch nur, die Leute brauchen Hoffnung. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Wort, eine tolle Aussage, die er hier getroffen hat. Hoffnung. Hoffnung ist etwas, was in der Menschheitsgeschichte immer wirklich Berge versetzt hat, wirklich ganz grandiose Arbeit geleistet hat. Und das fehlt mir persönlich aktuell auch. Ich sehe mit Grauen auf den Herbst hin. Ich sehe mit Grauen auf den Herbst hin, denn ich weiß, was dann oder ich ahne, was dann in der Presse durch in Lauterbach und andere Kandidaten passieren wird, was da für Negativschlagzeilen kommen werden. Wir sehen das ja schon, dass hier permanent mit, wir haben die höchsten Infektionszahlen ever in Deutschland geschrieben wird, dass aber auf der anderen Seite wir auch die höchsten Anzahl von Tests in Deutschland mittlerweile haben, von über 1,1 Millionen oder über einer Million und 50.000 Tests pro Woche haben. Das wird nicht erwähnt. Und das kann nicht sein. Das ist wirklich, wie es Dieter Haller vorhin hier sagt, Panikmache und nichts anderes. Und damit nimmt man den Leuten auch die Hoffnung, dass wir wieder in ein normales Leben kommen werden. Ja, weiterhin äußert sich dann hier auch noch in dieser Sendung die FDP-Politikerin Caroline Preißler kritisch. Die sagt nämlich hier, Zitat vom Fokus, sie bezweifle, dass dieser, der richtige Mann, also speziell auf Lauterbach bezogen, richtig direkte Konfro, der richtige Mann für konstruktive Vorschläge sei. Ja, dann gibt es auch noch die Weltjournalistin Susanne Gaschke, die hat auch noch gesagt, die Autorin sagt, dass die Beschlüsse der Bundesregierung gravierende Grundrechtseingriffe darstellen. Das war vor ein paar Monaten noch Verschwörungstheorie. Mittlerweile ist das im Mainstream angekommen. Merkt ihr was? Und das finde ich sehr gut und sehr wichtig, dass das passiert. Denn so hoffe ich doch mal, dass man andere Leute auch erreicht. Nicht, dass es einfach von verschiedenen Politikern oder speziell jetzt auch von meiner Lauterbach, der Monate hinweg in der Krise wirklich in zahlreichen Talkshows aufgetreten ist und einfach ein riesengroßes Publikum darüber über den Öffentlich-Rechtlichen und andere Sendungen auch erreicht hat. Und seine Darstellung, die soll er ja haben, äußern konnte. Aber es gab ja fast kaum jemanden, der ihm Kontra gegeben hat. Und das passiert jetzt langsam. Also ich habe wieder ein bisschen Hoffnung. Aber ansonsten, ganz ehrlich, mir steht das Thema auch bis hier. Ich weiß auch nicht, ob ich in der nächsten Zeit jeden Tag ein Video raushauen werde, weil ich merke, dass das mit mir von meinem Kopf, von meiner Art her wirklich was mit mir in den letzten Monaten gravierend geändert hat. Insofern, dass es mich massiv belastet, massiv belastet. Und ich kann das nicht auf Dauer. Das muss ich ganz ehrlich an der Stelle hier sagen. Dann natürlich noch die Aktion mit unserem Gesundheitsminister dazu, mit dem Anwalt. Das belastet mich, das sage ich ganz offen. Da habe ich auch kein Problem mit. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare rein. Freut mich sehr, wenn wir anständig diskutieren. Daumen hoch dazu. Hoffe, das Video hat euch trotz dessen gefallen. Bis zum nächsten, bleibt weiter entspannt und ciao.